Komme ich dann irgendwie da durch? Dann kombiniere ich jetzt beide. Das wird ja wohl gehen. Ich meine, das liegt fast nahe. Nein, ich möchte nicht noch ein Selfie machen. Wenn man den grünen Strahl gleichzeitig nutzt, blühen die Dornfruchtsträucher und man kann hindurch gehen. Aber Vorsicht! Aus den Pollen werden Blitzkäfer. Oh weh! Oh weh! Blitzkäfer. Das hat mich fast mein Leben gekostet jetzt gerade. Das nenne ich Beute! Das nenne ich Beute. Was gibt es denn jetzt hier noch zu sehen? Nichts mehr. Oder gehen wir nochmal auf die andere Seite. Das war also der Baumgarten. Na denn? Danke, Gertrud. Oder wie auch immer du hießt. Dann drehen wir nochmal das Teleskop. Ich habe durch das Teleskop alles mit angesehen. Du machst das toll! Wenn du die Nester an der Kippe erreichen möchtest, und ich hoffe, das möchtest du, dann musst du die Höhlen unter dem Wasserfall erkunden. Wie du siehst, bewegt sich die Brücke mit dem Teleskop und gewährt Zugang zu verschiedenen Gebieten. Dann gebe man ins nächste Gebiet. Ich sehe schon, das wird wieder eine lange Folge. Aber ich meine, das ist, äh... Das ist auch etwas, was man erwarten sollte, dass dieses Level schön lang ist. Weil ich meine, so ein Adventure-Pack kostet immerhin mal 30 Euro. Man hat einen Skyliner da drin, man hat einen Kreationskristall da drin, und, äh... Ja, hier das, das, das Level-Item. Also die, die Sternwarte. 30 Euro, finde ich, ist noch fair, doch. Aber natürlich möchte man dann auch ein langes Level. Na, ich bin schon wieder 20 Minuten dabei. Ich muss mal schauen, ob ich das schneide oder nicht. Wenn, werdet ihr das merken. An einem Schnitt. So, Wasser-Skyländer sind stärker, deswegen kommt wieder King-Pen zum Einsatz. Bin ich der größte Fan seines Movesets, aber... Geht noch klar. Blut. Sehr, sehr dunkel hier. Ich hab schon eine gefunden. Ich muss nur ein paar Leuten was aufs Maul geben dafür. Die Fackel brüht jetzt auch nicht so viel, wenn ich ehrlich bin. Na. Gibt's hier noch was? Hier gibt's noch einiges. Aber ich möchte da noch gar nicht lang. Bevor ich den Rest nicht erkundet habe. Zumindest so einigermaßen. Hier gibt's so bestimmt... Siehste, versteckte Ecke. Siehste. Das lasse ich mir doch nicht nehmen. Okay. Hier geht's nur wieder zurück. Hier ist auch nix mehr, oder? Ne. Hier sind nur Steineier. Oder was auch immer das sein sollen. Wir werden es nie erfahren. Außer man erzählt es uns gleich. Dann vielleicht. Und? Ich sehe gerade. Dass ich einen Schneeball machen kann. Niemand sagt, was jetzt der Unterschied zu gerade ist. Pinguinboba. Den kann ich nicht ausnehmen. Halte. Ah, Halte. Okay. Ich weiß nicht, wo der Schneeball ist. Aber hey. Irgendwas ist ja immer. Was gibt es hier? Ein dunkel Rätsel anscheinend. Okay. Licht-Skylander sind hier stärker. Ich habe ein Licht-Skylander. Macht er auch nicht, ist die Frage. Ich muss ihn finden. Da ist er. Seht mein Licht. Night Light. Ah, deswegen sind die hier stärker. Meine Fresse ist ja dunkel hier. Er ist natürlich jetzt noch nicht der stärkste mit Level 5. Irgendwann müssen wir ja mal anfangen, mit denen zu kämpfen. Ich mache eine Menge Licht. Ansonsten ist hier jetzt nicht so viel. Ich sehe da Diamanten. Nicht wie ich drankomme. So. Also falls ihr auf YouTube gerade nicht viel seht. Ich sehe selber nicht viel. Ach, da ist zumindest ein Ei. Wenn es so dunkel ist, ist auch keine Hilfe. Hoch und eben. Dammit. Mischt. Mischt aber auch. Ich hoffe, ihr Liebling. Den geben wir aufs Maul jetzt. Hier ist noch ein Ei. Hier ist noch ein Ei. Und da hinten ist noch eins. Ich glaube, das ist jetzt auch mein stärkster Imaginator. Ich mag einfach schnell schützen. Finde Eier. Eier gefunden. Habe ich mir jetzt hier tatsächlich eingebaut? Nee. Ich bin tatsächlich richtig. Oh, da ist noch ein Selfie. Vorspulen noch ein bisschen. Warte. Lass mich hier an. So. Nicht so ein Selfie-Platz. Ja. Ja. Möchte, dass das ein schönes Foto wird. Ich stehe voll auf Schlaf. Ja. Ich stehe voll auf Schlaf. Gut, gut. Da kommt noch ein Ei hin. Und da kommt noch ein Ei hin. Und nicht zu vergessen, hier. Wo bringt mich das hier hin? Na, den weiß ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade durchrutsche. Aber anscheinend bringt es mich zurück. Höhlen-Schacht. Jetzt möchte ich wissen, was da erstmal ist. Ich kann nicht anders. Siehste? Aua. Wer hat dir erlaubt, hier ein Feuer zu machen? Au. Wer hat dir erlaubt, dass ich so doof bin und dann nochmal zweimal reinlaufe? Dafür verhungerst du jetzt da drüben. Tödelö. Und wieder zurück auf der Observationsinsel. Okay. Warum habe ich das getan? Okay. Einfach mal schneller fressen lassen. Was hast du denn noch für Kräfte? Starke Streuschüsse. Ich bin ja immer noch für den... Wenigens zwei. Mikrobots. Vorwärts sprinten. Nee. Ich mag hier die Geschütze. Die mag ich. Meisterhafte Springzone. Also hier komme ich auch noch nicht voran. Nein. Ich muss nach oben. Nicht nach unten. Ich muss nach oben. Lerne es. Erinnerst du dich noch, dass ich vorhin was gereimtes gesagt habe? In den Trollbergen gibt es noch mehr Nester. Nicht der beste Nestplatz für Greife. Aber kein Grund für die Trolle, die Eier zu stehlen. Guck mal Skylander. Wenn du das Teleskop bewegst, bewegt sich auch die Brücke. Unglaublich. Du wolltest mir gerade noch was sagen. Ich habe die unterbrochen. Das war anscheinend nicht so wichtig. Ich habe dieses Eimer mitgenommen, was hier einfach so rum lag. Ihr habt also selber die Eier nur geklaut. Hier die Skylander sind hier stärker. Haben wir auch einen. Dann nehmen wir mal den Tobi Tornado. Habe ich auch nochmal umgestylt, wie man sieht. Mal sehen, wie lange er überlebt. Mit Level 1. Alles klar. Da war anscheinend ein Ei drin. Okay. Da hinten beginnt die Ballerei. Irgendwo kannst du dich auch nicht entscheiden. Du kannst dich überhaupt nicht entscheiden. Lebst du noch? Ja. Er lebt noch. Ich habe noch eine mit. Ich habe da nicht mit gerechnet. Ich habe eine von zu Hause mitgenommen. Okay. Das ist dezent verwinkelt hier. Hier gibt es vermutlich sehr viel zu finden. Okay. Die kann ich hier nicht benutzen. Hier. Nein. Ha. Wollen die auch noch bestimmte... Leiternaben. Die haben Einsprüche. Hauptsache eine Kiste. Oh, Panzerbrecherwaffe. Oh, Panzerbrecherwaffe. Die Glockensuka. Ist leider sehr hässlich. Gefällt mir jetzt nicht so. Das ist nicht so hässlich. Das möchte ich mitnehmen. Dankeschön. Ich hatte vergessen, meine Brücke wieder einzupacken. Vergesst nie eure Brücke, Kinder. Ich weiß nicht, wer sie das nächste Mal gebrauchen kann. Warte. Warte. Oh shit. Die Drogen setzen ein. Ein wunderbares Selfie. Wir haben alle Eier schon gefunden. Das ging ja fix. Das ging ja fix diesmal. So, Moment. Ich muss hier noch was loswerden. Ich muss nämlich diese Brücke hier mitnehmen. Habe ich das Gefühl. Das heißt, die lasse ich jetzt hier. Und, ja, glaube ich doch. Nimm die mit. Dann können wir so einiges an Wegen abgehen. Die Chompies haben jetzt nicht den besten Tag. Moment. Ich muss erkunden. Geht nie anders. Was geht hier? Gebt hier was umsonst. Ne, hier waren wir schon. Das macht keinen Sinn. Ich muss erst auf die andere Seite. So. Dann gehen wir jetzt doch hier lang. Oh, hier ist noch ein extra Eier. Gehe ich da für eine extra Wurst? Wie viele Eier gibt es denn hier bitte? Warum brauche ich nur 5? Es hat gedauert. Oh, eine Kiste. Mit einer ultimativen Sache. Ein ultimativer Weinschutz. Das sieht gar nicht so ultimativ aus. Wenn ich ehrlich bin. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Ähm. Komme ich da überhaupt? Muss ich da überhaupt hoch? Ja, doch. Ich muss ja hier lang. Da kommt ein Ei rein, da kommt ein Ei rein, da kommt ein Ei rein, da kommt ein Ei rein. Und hier kommt ein Ei rein. Gut gemacht, Skylander. Du hast es geschafft. Du hast die Regenbogengreife und ihre Eier gerettet. Ich sollte dir sagen, dass noch mehr zu tun ist, Skylander. Wenn du genug von den Feierlichkeiten hast, sollten wir weiter. Hmm.